Hallo zusammen, ich hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Archäologie. Und zwar haben wir hier insgesamt 100 restaurierte Artefakte, die ich heute öffnen möchte. Und ja, die müssen wir aber erst umtauschen, denn wir brauchen ein paar trollische Relikte. Und diese kriegen wir hier einmal bei Bran. Und wir wollen hier die trollischen Teile haben. Gucken wir nochmal trollisch. Genau, tun wir 100 Stück holen. Und ja, ich habe mittlerweile den ganzen Grußschirmer verkauft, um vielleicht das so ein bisschen einfacher zu machen, meine Tabelle zu führen. Und zwar zeige ich euch die jetzt mal. Ich habe jetzt auch schon eingetragen, was wir das letzte Mal geöffnet haben. Wir sind jetzt bei meinem Paladin, den ich ganz kreativ Tinrock genannt hatte. Wir wollen nämlich eine Waffe namens Tinrock farmen. Und da bin ich jetzt bei 404 Souls, also wo ich quasi Sachen hergestellt habe mit den trollischen Relikten. Und dann noch einige mit anderen Chars. Insgesamt kommen wir jetzt damit auf 696. Heißt, fast 700 Versuche haben wir bis jetzt. Und ja, Tinrock hat sie noch nicht blicken lassen. Aber ich habe ja ein gutes Gefühl und vielleicht kriegen wir es ja bei diesem Mal. Genau, das zieht sich jetzt immer ein bisschen, bis es die ganzen Dinger hier reingepackt hat. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, diese grauen Sachen alle rausgekegelt, um dementsprechend die Möglichkeit zu haben, das leichter zusammenzuzählen. Weil das Problem ist, irgendwie ist die Anzeige hier buggy. Manchmal habe ich hier auf der zweiten Seite nur 5 anstatt 6. Und deswegen, ich habe mich mit einer Aufnahme mal fuchzig gerechnet. Das gibt es doch gar nicht. Warum habe ich es weniger als vor dem Ding? Das liegt daran, dass das Fenster hier packt und teilweise Relikte unterschlägt. Also ganz, ganz komisch. Ich musste dann neu quasi ausloggen und wieder neu einloggen, dass es dann wieder richtig angezeigt worden ist. Ich dachte schon, ich bin blöd, dass ich mich, habe es zweimal nachgerechnet und gedacht, das gibt es doch nicht. Irgendwas passt hier nicht. Und dann ist mir irgendwann gekommen, dass das Ding halt einfach verbuggt ist und dass man dann auch wieder einloggen muss. Naja, diesmal habe ich es jetzt so gemacht, den ganzen RAM schon wie verkauft. Jetzt zähle ich einfach nur die Teile, die ich jetzt quasi diesmal herstelle und rechne die plus. Dann ist es auch egal, ob es buggt oder nicht buggt. Dann sollte eigentlich der Endbetrag stimmen, hoffe ich zumindest. So, okay. Jetzt fangen wir hier mal an. Wir schauen, dass wir nicht cappen, also nicht auf 200 hochgehen, sonst verliert man ein paar Relikte. Das ist immer nicht so super. Also schaue ich immer, dass ich maximal so bis 190, wobei 190 kann ich nur aufmachen, aber wenn ich 191 habe und dann 10 Relikte rauskriege, dann waste ich quasi eins. Und das wollen wir eher halt verhindern. Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Ähm, naja. Ich gucke auch, dass wir mal schön die Trolltafeln einsetzen. Von denen habe ich auch mal extra einige gekauft gehabt. Und zwar insgesamt 300. Mittlerweile sind wir jetzt auf 128 runter. Also langsam gehen die Dinger zur Neige. Bald haben wir zwei Drittel durchgeballert von denen. Ich hoffe, bevor die alle weg sind, haben wir 10 Rocks. Sonst muss ich da nochmal Gold ausgeben. Und das habe ich jetzt eigentlich, will ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also haben wir schon genug Gold, aber vor allem auch Zeit reingepulvert in das Ganze, ne? Also wie viele Stunden ich da schon gefarmt habe. Das ist schon ein Todesgrind, ich sage es euch. So, bis jetzt haben wir nur lauter grauen Dreck bekommen, der mir gar nichts bringt. Leider gar nichts. Hier, diese Jade-Natter, ne? Die wurde das letzte Mal nicht angezeigt. Da war ich dann ein bisschen perplex tatsächlich. Aber da musst du halt erstmal draufkommen, dass das dann die Anzeige einfach falsch ist und verbuggt ist, ne? Da zweifelst du natürlich erstmal an dir selber. Bis du dann irgendwann draufkommst. Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Naja, so ist das. So, jetzt packen wir die nächsten Kisten aus. Wie viele haben wir denn noch? Wir haben noch 46. Also ein paar haben wir noch rumflacken. Ich hatte hier auch ein Add-on für Archäologie. Mir mal draufgeladen, dass automatisch diese Troll-Tafeln reinpackt. Denn die müssen auf jeden Fall drin sein, bevor du auf Restaurieren klickst. Du kannst die zwar auch reinpacken, während der Cast-Balken schon läuft, aber dann zählt es anscheinend nicht, ne? Und ja, das wird mir dann hier im Stream verklickert. Dass ich das ein bisschen falsch gemacht habe. Und dann waste ich natürlich Fragmente, ne? Wenn ich quasi die Tafeln nicht reinpacke, wenn ich es mir schon extra gekauft habe. Genau. Und ja. Dann habe ich mir ein Add-on geholt, das halt diese Dinger automatisch einlegt, dass es nicht vergesst. Aber das hat das Interface hier so verbuggt, dass alles zu spät war und deswegen habe ich es wieder runtergekegelt. Das war nicht so nice. So, was haben wir denn jetzt schon? 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Teile haben wir schon. Na gut, okay. Schon mal einiges. Also ich denke mal, so knapp die 30 schaffst du eigentlich mit jetzt hier 100 Kisten, ne? So Pi mal Daumen. 30 Herstellungen pro Aufnahme sind so in etwa drin. Das sind so 800 Fragmente an sich, die quasi aus den 100 Kisten rauskommen, ne? Es kommen im Schnitt nämlich 8 Fragmente raus. Liegt aber auch daran, dass ich hier Zwerg bin und Zwerge einen Bonus haben, ne? Die kriegen halt mehr Fragmente. Können auch schnell abbauen, was auch ganz nett ist, muss ich sagen. Also der Cast hier mit dem Ausbuddeln bei Archäologie ist ein gutes Stück schneller als Zwerg. Aber das Nette sind vor allem die prozentual erhöhte Fragmentrate, ne? Und du hast sie sowohl beim Ausbuddeln als auch, glaube ich, hier aus den Kisten müsstest du die auch haben. Genau. So, wir haben nun mal viel. Jetzt schauen wir mal. Drück mir jetzt noch die Daumen. Komm, hier. Go, 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 go. Nee, paar Mal wieder nix, Leute. Aber jetzt zählen wir einmal durch und dann können wir da Plus rennen. Also was haben wir denn? 5, 6, 7, okay, das sind halt 10, ne? Das sehen wir schon. Dann 16, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31. Das hat halt auch dazu gehört, oder? Ja, ja, 31, 32. Also plus 32. Dann sind wir bei 436. Und insgesamt jetzt bei 728. Genau. Okay, gut. Dann sind wir hier wieder durch. Hat mich wie vor, dass ihr dabei wart. Und ja, dann drückt mir gerne die Daumen fürs nächste Mal. Euer Tila. Bis dahin. Tschau. Tschau.